Herr Freunde, sollen wir jetzt schadenfroh sein? Nein, sind wir natürlich nicht an dieser Stelle. Es heißt bei Nordbayern.de temporäre Stromrationierung. Bundesnetzagentur warnt eindringlich, drohen Stromausfälle wegen zu vieler E-Autos. Und ja, es geht hier um den Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller und er warnt massiv davor, dass das Netz in Gefahr ist, so kann man ausdrücken, und dass nicht permanent die ganze Zeit so viel geladen werden soll, ist natürlich die logische Konsequenz aus dieser Aussage. Und dann heißt es im Zitat von ihm, wenn weiter so viele neue Wärmepumpen und Ladestationen installiert werden, dann sind lokale Stromausfälle im Verteilnetz zu befürchten, falls wir nicht handeln. Und das ist doch eine krasse Aussage, denn am meisten Angst macht mir an dieser Stelle hier das Wort Handeln. Weil wenn ich hier Handeln bei solch einer Institution, einer Regierungsbehörde sehe, dann wissen wir doch alle, was das heißt. Dann heißt das, wir gehen in die komplette Abhängigkeit, dann heißt es, Strom wird nur noch rationiert und wenn der Olli zu viel Strom benutzt hat, nee, dann wird abgeschaltet oder ähnliches. So kann ich mir das persönlich vorstellen. Und die Perversion ist ja nicht zu übertreffen, denn überleg doch mal, wieso haben so viele Leute mittlerweile in der Ladestation? Weil die Regierung nicht in der Lage dazu war, ordentliche Ladeinfrastruktur erstmal hier in Deutschland so aufzubauen und zugleich haben sie das Ganze ja auch befeuert, indem sie die Elektroautos massiv unterstützt haben finanziell durch unsere Steuergelder, dass die Autos günstiger wurden für die Leute, die es gekauft haben. 6.000 Euro plus 3.000 Euro noch vom Händler bzw. Hersteller. Im Maximum, sprich ein Tesla, konnte man kaufen mit einem Maximalrabatt von 9.000 Euro. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und im Zweiten, dann auch noch jetzt gegen die Wärmepumpen zu schießen, das ist eine Unverschämtheit, denn überleg doch mal, ein Robert Habeck, also unser Wirtschaftsminister, ist doch die ganze Zeit dafür plädiert, ja, es müssen mehr Wärmepumpen installiert werden, wir brauchen so und so viel Zehntausende Wärmepumpen oder Hunderttausende pro Jahr etc. Das kannst du dir nicht mehr ausdenken. Das ist eine bodenlose Frechheit, was hier einfach passiert. Und dass man jetzt so vorgehen möchte, was jetzt hier kommt, das ist krass. Aber schreibt mir eure Meinung rein. Bis zum nächsten und ciao.